ha 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 hallo und zwar drehen wir oder er mein guter freund der seht ihr ein video der clash royale und er bringt mich locker mal von arena 5 auf arena 6 ja weil ich habe auch gerade die arena 5 gerade geschafft wo ich gerade bei ihm angekommen bin wir machen erstmal eine kronentruhe auf da hast du es gezogen die kronentruhe ist eigentlich am besten fast besser als die riesentruhe ne scheiße ich muss mal hier das mal kurz verschieben ich bin auch hier unten kann nicht gucken was ich hier überhaupt setze die tessel in die mitte oder keine horte was ist jetzt ich würde sagen jetzt mal die vor so das wurde die pfeile einsetzt jetzt kann ich hier mit der kür ein bisschen fetter sehen mhm so habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet die kann mich auf jeden fall gut karten setze das auch noch setze ich gleich nochmal in tessler okay der gegner ist ganz schön gut aber den kriegen wir natürlich klein hoffentlich so hoffentlich setze ich jetzt nichts anderes jetzt kann ich auch schön meine ganzen truppen setzen setze jetzt einfach alle auf einmal so dann setze ich nochmal alle keine horde weil er jetzt gerade keine lufttruppen hat oder so so ach scheiße schnell scheiße er kriegt einen tower er hat ihn schon kacke kacke ja gut jetzt kann ich setzen scheiße komm los 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 ok gut easy komm so wenn es gerade gewackelt hat hast du gewonnen? nein nein ist noch nicht vorbei ich sitze mal ganz schnell in der Skelettarmee weil er gerade das ist gerade vorbei ich weiß aber es gibt ja noch Trophäenkampf links ums jetzt setze ich den noch hier den da hinten hin oh Peti du du bist auch schön alter jetzt schon zwei musketiere scheiße ich glaube das verliere ich keine ahnung nein nein die kam zu spät an alter gut er kam von dem boss das boah war das scheiße von mir hm ist ein bisschen kacke mit der facecam weil sie so zähl ich irgendwie nix von den karten alles bald kommt dann ja hier der friedhof keine ahnung was der macht und ja ja wollen wir mal ein neues deck machen hm kannst du ruhig machen guck mal hier ja die hab ich auch gekriegt feiergeister ja lol lol da ist ganz geil mit dem wlan los wo wir die mal mitnehmen ja ne mach haben wir auch den spiegel ne noch nicht was nehm ich denn dafür mach ich jetzt mal mit calvin nenn ein party boah was jetzt hm sag mal die valkyre so kampf irgendwas ist grad mit dem internet los gewesen so mach mal die facecam wieder nach oben oder ne hier oben fach ich muss ihn besser machen alter was hat er schon gesetzt alter voll unerwartet man soll eigentlich gar nix am anfang sitzen Oh, kann ich ja gleich mal die Feuergäste austesten. Okay, die machen Schaden. Ich push mal auf der rechten Seite. Ja. Tag. Na, fast willkommen. Seht ihr es gerade bei mir direkt ein YouTube-Video von Clash Royale? Ja, ich bin gerade Arena 5 oder so, also Zauberfremd ... äh ... äh ... oder was weiß ich ... Fabrik auf jeden Fall, Zauberfabrik gekommen. Jetzt spielt auch Pety im Hintergrund noch GTA. Ge-chillt. So, den ersten Tower haben wir. Oh, scheiße, ey. Komm. Nein, jetzt, jetzt, die scheiße Armee. Oh, meine Hände stinken voll noch. Du musst auch mal machen, zieh dich ja so. Sie riechen echt nach Scheiße. Oh, die Durst. Scheiße, ich hab die ins Pekka jetzt nicht gesehen. Calvin am Telekom. Na. Ich wär irgendwie am Telekom. Ah, meine, schmecken aber gut. So. Lass endlich deine Motorrad wegstechen. Ja, ich würd schon sagen. Oh, Gott. Mann. Ich hab keinen Interzieren. Nein, seine Dichtumerei. Was liegt da unten? Boah. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Arena ihr seid und so. Und ihr könnt ja unserem Clan beitreten oder eher gesagt Patrick sein. Boah. Komm. Was? Na, auf meinem Handy. Auf meinem Handy. Auf meinem Handy. So, jetzt push ich mal. Ja. Gibt's im Playstore. Extra für Samsung ist das. Los. Push. Schafes. Ja. Warum? Nein. Nicht wirklich. Okay. Tesla. Oh, sterbe hier. Alter, Mann. Komm schon. Scheiße. K.O. Ich schaff das noch. Oh, ob man Schamhaare wirklich rauchen kann. Schamhaare, Alter. So. Geschafft. Gieß. Hier spielt er auch grad GTA. Ja. 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 Komische Geräusche. Komische Geräusche. Ja. Ja. Was wollen wir jetzt noch machen? Ich würd mal sagen... Einmal noch ein paar Kämpfe. Ja. 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 Ich hab jetzt ernsthaft da so nen Scheiß Grabsteine gemacht. Ja. 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 Alles klar, jetzt setzt er auch noch seinen Scheiß-Hut zauber. Ah! Ah, das ist ja wie! Ich hasse Spawnerdecks. Ah! Ah! Hörst du jetzt mal auf, Alter? Was machst du da? Ich suche mir meine Baure abzuschneiden und abzusägen, was ich gesagt habe. Wie soll das gehen? Ne, weiß ich, das ist Kitzel. Alter, ich... Ich hasse ihn wegen seinem Scheiß-Spawnerdecks. So, da, da, da. Er kann nicht setzen, gut, jetzt ist meine Chance. Meine Chance. Los, Pudermach! Kaputt. Ich bin nicht in deine Sitzung gekommen. Er ist so schlecht, ganz ehrlich. Nur seine Scheiß-Spawnerdinge. Yo, wait for play. Können die Freiergeister eigentlich auf die Laka einen halten? Ja, geht. Cool. Die Freiergeister können auch Laka einen und so angreifen. LOL. LOL. Die ist eigentlich total gut gegen Laka einen. Oh nein, jetzt hat er den Scheiß-Erkleinhuder gesetzt. Jetzt hätte ich ihn jetzt schon richtig Schaden machen können. Er hat gerade gesetzt und sofort alles kaputt. Ich bin nicht in meiner Sitzung gekommen. Ich bin nicht in meiner Sitzung gekommen. Jetzt habe ich ihn versetzt. Wie, jetzt hat's die Mieterschnuff, 10 Minuten lang. Alter, wann ist das nicht endlich vorbei? He, in allen Sitzung gesetzt, ich konnte ja gar nichts setzen. So, ich setz mal hier Tesla, Feuergeister, непontakt ein Spiegel. Was, he, was, die haben ja gar nichts gemacht. Ey, was macht der da? Versucht alles um mich zu töten, ne. Alles. Und er schafft es, glaube ich, immer noch nicht, ne? Guck mal, ich gewinne easy, Alter. So, jetzt auch Kobold und Fass. Oh, ein Fass, Dreckung. Ich hätte sogar noch geschafft, ne? Zwei Schläge vom Pekka und einen vom Schweinereiter und er wäre da oben. So, ein paar Kämpfe noch. Dann sind wir auch Arena 6. Ihr könnt ja auch mal schreiben, ob ihr schon eine legendäre Karte habt oder so. Und ja, dann würde ich es mal sagen. Ciao!